Microsoft Teams können Sie mobil nutzen und so mit Ihrem Team in Verbindung bleiben. Sobald Sie die mobile Teams App auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie gleich loslegen. In den nächsten Minuten lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Aktivität klicken, dann finden Sie in diesem Bereich Ihre Benachrichtigungen. Über die Schaltfläche Chat können Sie den Chatverlauf sehen. Über die Schaltfläche Teams öffnen Sie diesen Bereich und können hier nachschauen, was es Neues in Ihren Teams und den dazugehörigen Kanälen gibt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Besprechung klicken, sehen Sie alle geplanten Besprechungen und können auch eine neue Besprechung anlegen. Und über die drei Punkte können Sie weitere Apps hinzufügen. Sehen Sie nun, wie Sie auf eine bestehende Chatnachricht antworten. Klicken Sie zum Versenden auf den Pfeil. Mit einem Klick auf das Register Dateien öffnen Sie die Dateien, die zu diesem Chat gehören. Und hinter mehr können Sie weitere bereits angelegte Registerkarten öffnen. Nun schauen wir uns Teams etwas genauer an. Lernen Sie jetzt, wie Sie auf einen Beitrag in einem Kanal antworten. Öffnen Sie dazu Teams und klicken Sie anschließend auf den Kanal, in dem Sie den Beitrag kommentieren möchten. Klicken Sie im Artikel auf die Schaltfläche Mehr anzeigen und erfassen Sie Ihren Beitrag. Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf den Pfeil, um den Beitrag zu versenden. Dieser wird nach dem Versenden für alle Teammitglieder sichtbar sein. Über die drei Punkte stehen Ihnen diese Option zur Verfügung. Sie können einem Artikel ein Emoji hinzufügen. Sie können den Artikel weiterleiten, kopieren, den Link zum Artikel kopieren, speichern, als ungelesen markieren oder den Beitrag bearbeiten, um noch etwas zu ergänzen oder zu korrigieren. Möchten Sie den Beitrag vom Kanal endgültig löschen, klicken Sie auf löschen. Das wäre es fürs Erste für die mobile App. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Videos finden Sie in meinem Shop www.k-hartmann-akademie.de Bis zum nächsten Mal.